...für YouTube machen wegen Eisenbanner. Ah nice, vielleicht bekommen wir ja noch guten Loot. Morgen werde ich auf jeden Fall mich mit dem Titan in den Eisenbanner stürzen, weil ich habe nur noch den morgigen Tag dafür. Aber heute erst bei Dawnquest, Eisenbanner gehört dazu jetzt. Wie es im Titel eigentlich stehen sollte. Ich gucke mal nach, ob das aktualisiert wurde bei mir. Es wäre nämlich schon gut, wenn es so wäre. Ja genau, bei mir ist es wirklich aktualisiert. Da steht jetzt Dawnquest und Eisenbannerwollen. Stand da bei mir nämlich Zorn der Maschinen. Was ich mittlerweile auch beim Twitch so toll finde, ist, man sieht jetzt auch, wenn man den Chat mal verlassen hat, Nachrichten, die vielleicht sogar während man halt seine Seite zum Beispiel aktualisiert und es kommt währenddessen eine Nachricht, die sieht man ja meistens nicht. Und dann wird man überlesen und das ist doof. Und da hat sich Twitch wahrscheinlich gedacht, ach komm, alle Nachrichten, die geschrieben wurden, kann man jetzt sehen. So kann man auch sofort ins Gespräch einsteigen. Letzter Ausweg. Und wir müssen mit Leere Schaden töten. Das heißt, meine Primus, die ist mir jetzt sowas von Latte. Es gibt noch eine andere Möglichkeit eigentlich. Ich empfehle euch nicht Eisenbanner zu spielen, sondern habt ihr noch Artyons Epilog, dann macht das da mit. Nein, Rieck noch. Da kommt einer von hinten angeschissen. Ich wollte mich doch verarschen. Nein. Nein. Zwei dumme, ein Gedanke. Und der andere Rote schnappt sich meine... Mein Signum. Scheiße, es hat voll nichts gebracht. Egal, wir führen dich noch. Geh zu. Töte. Oh. 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 Ich hab niemanden getötet. Ich hab niemanden getötet. Schade. Hab ich auch auf Leerefokus eingestellt. Ich glaub nämlich nicht mehr. Ich glaub nämlich nicht mehr. Jetzt aber. Oh. 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 Ich komm da raus. Und schieß dich tot. Äh. Oh. 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 auch keine Chance. Schnell, Verfolge-Tabelle. Ah, aber die zwei Prozent, die bleiben. Oh, die hat jetzt schon so oft getötet. Weil die Prozente bleiben. Der hat eine Super gehabt, das habe ich gesehen. Hilfe! Aber immer noch zwei Prozent. Ich bin doch gerade gestorben. Nein! Aber ich meine, ich habe einen Gegner getötet. Vielleicht wird das... Na, vielleicht habe ich Glück. Ich würde so gerne mit Dati und City losspielen. Scheiße! Fick dich! Ach, come on! Ne, die zwei Prozent bleiben, das ist gut. Wir haben wirklich nur die Gegner gezählt, die ich töte. Hey, du da! Stehen bleiben! Ich habe nur einen getötet. Fuck. Ach, komm. Ich sollte mal ein bisschen Spezial-Munition suchen, weil... Sonst mache ich ja keinen Toten-Lehre. Ich sollte auch mehr Spanat haben und... ...Panat-Lehre zu. Schwere Munition, komm! Oh! Hilfe! Nur noch fünf Minuten. Schwere Munition verfügbar. Okay. Jetzt darf ich... ...mir nur nichts zu Schulden kommen lassen. Da ballern sie schon ihre Yellow Ones. Und ich mit meinem blöden Schwert... Ich warte, bis sie ihre Yellow Ones verballert haben. Kann ja nicht so lange dauern. Komm, du gehst vor! Geh vor! Los! Geh vor! Ah! Ey, sag mir nicht, du hast ihn getötet! Ach, komm! Nein! Gussklinge! Nein! Das ist keine Yellow Ones, die mich tötet. Das ist ne Akos-Klinge. Oh, der Typ, der dußt hier immer noch rum. Okay. Der Name ist berechtigt. I'm your dad. Hä? Der hat mich hier auch 50 umgebracht. Ach, komm, Leute! Nicht sterben! Aber ihr... Ihr schlägt euch wacker! Nein! Doch! Yay! Vier Prozent haben wir schon! Wow! Aber ich finde hier keine Spezial-Munition. Nein! Nein! Doch! Noch ein wenig mehr! Und der Sieg ist euer! Ach, komm! Nova Bombe! Lasst mich Nova Bomben! Da war keine Sau! Oh! Oh! Da war keine Sau mehr! Das war schlecht platzierte Nova Bombe von mir! Ich gehe da rein! Dann habe ich mal tief ein. Ja! Oh ja! Gib mir super an... Ich bleib' hier! Obwohl... Nicht mehr nötig! Der grillt einen, sammelt das Siegnum auf. Wir haben gewonnen. In der nächsten Woche muss ich mal mehr Spezial-Munition aufheben. Leere Schaden mache ich ja nur mit meinen Fähigkeiten und meinen Waffen. Boah, bin ich schlecht gewesen. Okay, ich versuche auch mit Leere zu töten. Da ist meine Spielweise leider ein bisschen anders. Aber ich hoffe, dass ich noch ein paar Artefakte bekomme. Ich will ein bisschen Artefakte verbessern. Ich werde langsam müde. Den Teil der Quest neu auf jeden Fall noch. Hm. Hat die eine Limo? Fruchtfleisch? Also die Limo, die heißt die Limo. Komisch. Ich glaube, die ist nicht mehr gut. Die habe ich doch gerade erst aufgemacht. Die kann doch nicht schon schlecht sein. So. Habe ich schon exotisches Partikel eingesetzt. Das ist gut. Ich brauche unbedingt wieder eine schwere Waffe. Ich will das Maschinengewehr auch bessern. Mit dem bin ich besser. Mit dem Schwert. Da muss ich immer nach ran zum Killen. Die meisten Kills mache ich glaube immer noch mit dem Maschinengewehr. Besonders mit dem Schwarm. Schwedene Gärten. Noch nahm ich das. Oh, ach nee. Das ist nicht das mit dem Pottles. Ist eigentlich ein Schwöne. Geht. Boah, ich werde müde. Das ist übel. Ich bin auch schon seit 5 Uhr wach. Warum stehe ich eigentlich am Sonntag um 5 Uhr auf? Mir stimmt doch was nicht. Ich glaube, ich sollte in der Nähe meiner Partner bleiben. Au. Okay, hier ist die Shotgun sehr nice. Habe ich gerade gemerkt. An eigenem Leib. Alter, wie die abgehen. Das lag nur an den einen mit der Tonspitze. Äh. Ah, Hilfe! Was mache ich da eigentlich? Oh, mein Signum liegt da runden, weil ich runtergefallen bin. Ach, tolle Scheiße. Gut gehofft, Bro. Ja, ha, ha, ha. Random einfach mal einen Gegner getötet. Scheiße, das habe ich gehört. Das ist keiner von uns gewesen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn fucking nochmal getroffen. Und er ist nicht dran verreckt. Das habe ich nicht gut genug getan. Ich habe ihn gelebt. Ich habe das noch raus. Ihre Ehre liebt den Scherben. Du gehörst mir. Nein, nein, nein. Der war so gut wie tot. Ich hab nur noch einen Schuss und wir werden uns sitzen. Bleib stehen! Ihr Ruf geht an die Schütte! Alter! Oh nein! Das war nicht so gut. Hier gibt es Munitionen für mich. Leute, haltet aus! Alter, was ist los mit dem? Brauchst du auch? Spitzial? Brauchst du es? Spitzial? Nehmen wir beide? Nur ein Dreischuss! Hör ich mal hochere! Und ich treff nicht! Trotz dass ich so scheiße spiele bin ich momentan noch oben bei meiner Gruppe aber das hat sich bestimmt schon ... Niemandem außer dir gebührt der Ruhm dafür, Hüter. Boah, willst du mich verarschen? Na, wie viel hab ich denn schon? Oh, 7%, immerhin. Äh, Hilfe. Ich glaube, ich werde morgen erstmal den Titan auf Rang 5 bringen, bevor ich diese Quest hier wahrscheinlich zum Ende bringe. Ich weiß nicht. Alter! Das fand ich jetzt nicht so hammer von dir. Ich habe schon lange nicht mehr mit der Nova Bombe gespielt, aber das war richtig Fail. Also. Was zur Hölle? Ich spiel die normalerweise perfekt. Und viel besser. Schwere Munition kommt. Jawoll. Schwere Muni. Schwere Muni. Schwere Muni. Schwere Muni. Swere Muni. Schwere. Fahr. Ach. Ich bin nur nochmal Schwerträger. Ach ja, dass ich so schnell... Ich kann übrigens schnell kriechen. Das habe ich total vergessen. Ah, da hatte ich aber zwei Gegner jetzt wenigstens getötet. Immerhin, 10%. Wie schnell das auch mal ging. Sie haben fast gewonnen. Aber auch nur fast. Okay. Für eine Shotgun brauche ich eine bessere... Muss ich nicht... Brauche ich eine bessere Map? Die ist ein bisschen zu offen. Die neuen sind komplett alle offen. Ja, der hat eine Goldmethanone. Ach, ich muss doch noch ran. Das ist scheiße. Und dieser Modus ist dafür auch kacke. Also, da tue ich mir gerade nicht einen Gefallen mit. Und da ist natürlich wieder der Hammer. Wir nahmen dir deinen Ruhmhüter. Gewinne ihn zurück. Ich will meinen Ruhmhüter haben. Den ich vorher sowieso schon nicht hatte. Da ich nicht so gut bin. Aber dafür, dass ich nicht so gut bin, bin ich immer noch zweiter in meiner Gruppe. Aber das ist mir das Griebeld. Was ist das denn? Das ist mir fällige Quest. Äh, 3... 84, ernsthaft? Ernsthaft? Ich überlege gerade, ob ich die Quest nicht ein andern Mal weitermache. Und mich wirklich jetzt mit dem Titan konzentriere, erstmal Eisenbanner fällig zu machen. Ich finde, ich glaube, ein bisschen wichtiger als jetzt diese Quest. Okay, was haben wir denn hier? Nachhinein, die Schwächere... Nee, gewährt die Fähigkeit, Energieprojektile abzuwerden. Ähm, wow, 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 wow. Ähm, Gellins Andenken? Hm. Das wäre natürlich nice. Komm, kriegen wir das erstmal da drauf. Aber wenn ich das anlege, bin ich bestimmt, ja, ein Level runtergestuft. Nein, das bin ich natürlich nicht. Ein Match mache ich noch mit dem Charakter und dann wechsle ich auf meinen Titan. Dann wende ich sozusagen die Dawn Quest-Reihe erstmal und mache mit meinen Titan erstmal schön. Ich denke mal, für YouTube beende ich nochmal die Aufnahme. Ich nehme ja noch nebenbei für YouTube auf.